Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute wieder in Rheinland-Pfalz unterwegs. Wir gehen dort die Hermannsberger Höhentour. Diese Wanderung hat etwa 24 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung im Kusser Land so ist, dann kommt mit. Das Kuseler Land, ist es nicht hier super schön? Diese Wanderung hat einen Rheinland, die Schrauben. Das ist mein Rheinland, die G creatures sind. Das ist mein Rheinland-Pfalz. Da ist die Aufer-Pfalz. Der Rheinland-Pfalz-Pfalz für Leidening. Sterne Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Noch etwa drei Kilometer, dann sind wir auch schon wieder im Auto. Der Weg hat uns nicht so gut gefallen. Was uns gefallen hat, waren die schönen Panoramen ins Kuseler Land. Und Sitzgelegenheiten gab es auch kaum welche. Ab Kilometer 14 kamen dann so innerhalb von drei bis vier Kilometer drei weitere Bänke. Die brauchten wir dann auch nicht mehr. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch, sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hallo, liebe Wanderfreunde. Es freut uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Sarah und ich sind heute wieder in Rheinland-Pfalz unterwegs. Wir gehen da den Hermannsberger Höhenweg im Kuseler Land. Tief durchatmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.